servus leute hier ist wieder euer wandertrang ja heute wieder richtig bock für was zu testen heute geht es um ein spezielles thema das möchte ich mal ausprobieren reden wir nicht so lange legen wir los heute ist ich möchte mit meinem dd hammer octave 3x3 eine hängematte bauen ja wird das funktionieren oder wird es nicht funktionieren wird es zerreißen das sehen wir gleich im test also legen wir los mit diesen drei gegenständen möchte ich heute etwas bauen dass ich mit meinem tab als hängematte hier zwischen den zwei bäumen verwenden kann da hätte ich mal richtig bock drauf weil es kann ja auch mal sein dass ich wieder irgendwo am spot bin die fläche ist zu klein und darum dreht sich jetzt in diesem video habe ich einen spot gefunden kann ich leider habe nichts aufbauen aber ich möchte trotzdem ein bisschen spaß haben ein bisschen was bauen was testen ist das vielleicht eine gute alternative im ersten step ist es ganz einfach wir falten unser tab komplett auf legen das auf die ganze länge hier aus schauen ob das zwischen den beiden bäumen auch passen würde und dann wird ein bisschen gefaltet und mit dem paracord ein bisschen gewisse sachen verzurrt verknotet und dann hoffen wir mal dass das ganze funktioniert ich würde sagen fange jetzt an das tab in die richtige position zu bringen auf geht's ich werde das tab jetzt einmal komplett nach innen klappen das ganze jetzt einmal nach innen gefaltet jetzt im nächsten step machen wir das ganze noch einmal wir klappen es noch einmal zusammen so muss das ganze aussehen dann haben wir eine schöne länge und jetzt fangen wir an das ganze zu verbinden jetzt geht es hier ans falten also wir haben jetzt hier die komplette fläche plus unsere breite jetzt klappen wir das ganze einmal hier rein auf der anderen seite auch so sieht das aus ich halte mal hier nach oben zusammen gemacht bisschen abgeschrägt und das ganze machen wir auf der anderen seite auch noch hier in die mitte falten ja auch in die mitte falten ja und dann würde ich sagen holen wir das paracord und fangen an das ganze miteinander zu verbinden hier zweimal paracord x beliebige länge gerade so aus meinem aus meiner tasche so herausgenommen einmal hier unten zu verbinden und einmal hier oben und dann fangen wir an das ganze miteinander zu verknoten ich werde das ganze jetzt hier an dem endstück werde ich das ganze jetzt hier schon mal miteinander verbinden schön das fahrerkord immer wieder unter die erste strippe drunter legen dann tun wir das hier schon mal miteinander verknoten schön anziehen auf der seite schön press anziehen und dann schauen dass das hier wie so ein kleines schiff kennt ihr ja wenn man so eine falltechnik wie beim kajak dass das hier so ein bisschen fällt und dann das ganze auf der seite dann miteinander verbinden ich denke dass die die hand durch passt das ist schon mehr als genug platz und jetzt das ganze muss richtig das muss richtig fest miteinander verzurrt werden weil da liegt unser ganzes körpergewicht drin man soll ja sich hier nicht noch mal rausreißen also paracord noch mal unter die haupte leine durchziehen warum das durch die eigene kraft das ganze sich natürlich noch mal noch mal fixiert schön drum herum ziehen ja sehr geil und dann kann man das ganze mit dem rest vom paracord vom ersten verzurren schön miteinander nochmal anziehen und dann hier verknoten ja sehr geil jetzt machen wir mal hier die hand rein schauen wir das ganze mal ja das zieht sich dann zu also das funktioniert schon mal super und das machen wir jetzt hier unten auch noch auf geht's so sieht das ganze jetzt aus einmal im oberen bereich einmal unten drunter also jeder jedes tab ende miteinander verbunden hier passt jetzt so die hand kann man durch kann man hier anziehen auf eigenen last das heißt hier kommt die hier kommt die last hier kommt die last drauf und dann zieht das automatisch hier oben zusammen auf der anderen seite das gleiche sieht alles ein bisschen wild aus aber das muss ja auch richtig halten hier auch das zieht dann komplett hier zu und diese öffnung hier wird dann immer kleiner also geht's an die bäume testen wir das ganze mal wie wir da uns dran hängen können ob das hält ob das runter rutscht und das sehen wir gleich so sieht das ganze jetzt aus hier ja schön doppel miteinander verbunden dann zeige ich das euch heute hier mit einem kunststoffseil circa vier millimeter dicke dann kann ich das besser präsentieren hier einmal durchgegangen dann noch einmal durchgegangen nochmal stabilität dann hier zurück natürlich ganz klar holen wir uns hier am baum holen wir uns alles mit dass die das die schnur auch schön dran hängen bleiben kann haben wir auch wieder stabilität ganz wichtig dann sieht man schön das ganze wie so ein schiffchen sieht man schön hier sieht man es ja sehr geil hier unten dann auch hier auch nochmal einmal zweimal durch hier noch mit einem verbinder als verlängerung und dann hier auch am baum hier muss man dann schauen ob die eigene last ausreicht oder ob das ganze gleich hier runter fällt das sehen wir dann deswegen testen wir das gute stück hängt jetzt mal zwischen den zwei bäumen so sieht schon sehr speziell aus jetzt mal bein drüber weil wie gesagt ich habe das schon ein bisschen höher gemacht das hat schon die übelste höhe aktuell aber ich denke mit meinem gewicht geht es noch etwas runter ja es gergst und es gergst ich leg mich mal zurück bis jetzt hält es noch ein bisschen zurück ihr seht das besser wenn es gleich knallt ich fühle es nur wenn es hier jetzt gleich abwärts geht ja an sich so nicht schlecht aber ich muss da hinten noch etwas tiefer so ein bisschen tiefer gemacht weiter geht noch mal position nehmen ja das fühlt sich schon ein bisschen besser an zurück mit dem hintern oh weh oh weh oh weh leute jetzt 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 knallt es gleich gleich scheppert hier der andere Frank macht jetzt gleich hier die Wurzelform so Tarte ist breit genug ja tipptopp schön oben alles schön miteinander verbunden sehr geil jetzt hier vorne zeige ich euch Füße rein kurz festhalten mit der anderen Hand ja das funktioniert sehr geil so sieht das hier aus mein Spot für heute eine gute Aussicht schöne Ruhe geil also Leute das DDHM Octave ist doch geeignet für eine Hängematte jetzt geben wir ruhig mal ein bisschen Gas hier da soll ruhig mal ein bisschen bisschen schaukeln so also kann ich hier so drin liegen sehr geil finde ich richtig gut also kann man mit einem Tarp ohne es dann noch zu zerstören kann man das super verwenden für einen schönen Spot wo man eine Hängematte braucht aber man Bodenschläfer ist also es funktioniert ihr habt es hier beim Wandertrang gesehen also gerne Kommentare da lassen was hättet ihr anders gemacht was könnte man auch anders machen natürlich klar mit noch mehr Gadgets und so aber ich wollte jetzt einfach nur Tarp Paracord und ein bisschen Seil wollte ich einfach was testen da ist es dabei raus gekommen ich schaukele hier noch eine Runde drück mich hier noch ein bisschen an leg mich so ein bisschen hin aber genieße einfach die Zeit bis dann euer Wandertrang bis dann schon bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.